Das Mount Massive Asylum. Ein Ort voller Geheimnisse und Schrecken. Zwei Idioten. Der eine nennt sich G und liebt offensichtlich Reaction-Videos auf YouTube. Während der andere, Leo, offensichtlich bei Five Nights at Freddy's hängen geblieben ist, wollten diesen unheimlichen Ort auf ihre eigene Art und Weise erkunden. Doch dieses Mal haben sie eine besondere Begleitung. Eine KI, die das Abenteuer lenkt, Entscheidungen vorgibt und den beiden alles abverlangt, was sie an Verstand und Mut aufbringen können. Oder eher, was davon noch übrig ist. Während sie durch die düsteren Hallen schleichen, ganz beiläufig versuchen zu überleben und manchmal sogar so tun, als wüssten sie, was sie tun, halten sie einen Podcast ab. Ja, das habt ihr richtig gehört. Willkommen zum G-Cast, dem interaktiven Rollenspiel-Podcast. Ihr seid Journalisten, die nach einer Reihe mysteriöser Vermisstenfälle dem Gerücht eines verlassenen Sanatoriums tief im Wald nachgehen. Offiziell wurde der Ort seit Jahren geschlossen, aber Einheimische sprechen immer wieder von seltsamen Geräuschen und Lichtern, die sie in der Dunkelheit gesehen haben. Die Behörden haben den Ort längst vergessen, aber ihr seid entschlossen herauszufinden, was wirklich passiert ist. Ihr betretet das Mount Massive Asylum, ein verlassener Albtraum aus Beton und Stahl. Die einstige Klinik wurde nach dem erschütterten Ereignissen und Gerüchten über Menschenversuche geschlossen. Doch euch sind Hinweise zugespielt worden. Ein geheimes Experiment soll immer noch in einem versteckten Flügel des Gebäudes laufen. Ihr wisst nicht genau, was euch erwartet, aber eins ist klar, die Wahrheit hat ihren Preis. Mit pochendem Herzen und zitternden Händen schleicht ihr euch durch die Eingangshalle. Alles wirkt still, doch die Anspannung liegt in der Luft und ihr fühlt euch beobachtet. Als ihr euch durch die Eingangshalle bewegt, entdeckt ihr eine frische Blutspur, die in einen schmalen Korridor führt. Ihr hört leise quälende Stimmen und ein schwaches Wimmern aus der Ferne. An den Wänden seht ihr Kratzspuren und alte Akten verstreut auf dem Boden. Eine verstaubte Karte des Asylums zeigt drei mögliche Wege. Euer Ziel, findet das Herz des Experiments und enttüllt, was im verborgenen Flügel geschieht. Hier kommen eure Entscheidungsmöglichkeiten. Option 1. Folgt der Blutspur in den Korridor zur rechten Seite. Das ist der schnellste Weg, aber die Geräusche sind dort am lautesten und beunruhigend. Option 2. Nehmt die Treppe nach oben. Oben könnten alte Patientenakten oder Laborräume sein, wo ihr Hinweise auf das Experiment findet. Aber Vorsicht, der Boden wirkt brüchig und unsicher. Option 3. Betretet die verlassene Kapelle auf der linken Seite. Ein seltsamer, mutriger Geruchtrinkt von dort. Und es könnten religiöse Artefakte oder Schriften sein, die Hinweise liefern. Was wollt ihr tun? Wählt weise. Denn jede Entscheidung führt euch tiefer in den Albtraum. So Leo, was haben wir vor, was treiben wir jetzt? Also wir sind jetzt in der Eingangshalle, schauen uns um. Wir haben diese drei Entscheidungsmöglichkeiten, was wir als nächstes tun. Also, ja. Das ist alles mit dem Risiko verbunden. Auf der einen Seite, jetzt haben wir einen direkten Weg, wo wir eine eindeutige Gefahr von raushören. Also, ob es eine Gefahr ist, wenn wir uns nicht rausstellen, ob es Boden rückt uns. Dann haben wir halt das Obergeschoss, wo wir nicht ein bisschen auf den Boden einschauen. Das wirkt einfach nur brüchig. Also, das ganze Asylum wirkt brüchig. Wer weiß vielleicht. Vielleicht fallen wir in den scheiß Keller, wenn wir in den Erdgeschossen bleiben. Ich will nicht im Keller landen, ich will nicht im Keller landen, Leo. Ich will nicht, der Keller ist so ein Drecksort. Fick. Das ist so eine Scheiße. Ne, Mann. Obwohl, ganz ehrlich, ich glaube, den Typ würde ich auslocken, den Outlast. Ganz ehrlich, ganz ehrlich, Outlast ist ja darauf ausgelegt, dass der Typ, den wir da spielen, ein Kek ist, der nichts drauf hat. Aber ganz ehrlich, ich habe was drauf. Ich erzähle dir mal eine Story. Da gab es mal, da war ich, glaube ich, so 17 oder so. Da lief eine junge Dame und drei Typen haben sie bedroht. Und irgendwie bin ich dann in Rage geraten. Und irgendwas ist da passiert. Also, im Nachhinein wurde mir dann erzählt, dass ich dem einen, der hat auch ein Messer gezogen, der eine. Und im Nachhinein wurde mir dann erzählt, dass ich dem Typen das Messer aus der Hand geschlagen habe. Mit so einem Roundhouse-Kick. Das war gerade komplett gelogen. Das ist nämlich die Story vom Drachenlord. Das ist die Story vom Drachenlord. Ich wollte gerade sagen. Ich wollte gerade sagen. Also, ich habe es dir geglaubt, warum sollst du Scheiße erzählen. Aber Marshal, wenn du das so aus euch ziehst, das Ding ist, ohne jetzt auf krass zu machen, du hast recht, der Typ ist ein absoluter Lappen. Es gibt da Leute, die würden einen auseinandernehmen. Der Fettsack. Der Fettsack, gegen den, nee, Mann, gegen den würde ich selbst keine Fax machen. Also, ich habe Gott sei Dank jahrelange Kampfsport-Erfahrung, aber bei dem, weißt du, der Typ ist ja ein fucking Biest. Der packt dich und reißt ihm den Kopf ab. Was willst du machen? Ein High-Kick. Schwanz, Alter. Nee, nee, also gegen... Aber das Ding ist halt... Den, 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 den Doktor würde ich komplett zerficken. Ja, ja. Den würde ich... Ah, was ich mit dem anstellen würde. Das ist eine komische, rostige Säge. Ey, ey, warte mal kurz. Vielleicht kommen wir doch zu dem. Das ist ja auch die Frage. Wir wissen ja nicht. Also, ich weiß noch im Spiel, das ist halt auf der oberen Etage war sogar tatsächlich. Ist ja nicht rund. Nee. Du kommst doch in so einen komischen Aufzug und dann kommst du runter und der zieht dich da raus. Du bist, glaube ich, im Erdgeschoss im ersten Stock oder so ein Zeug und er zieht dich dann hoch und sagt, er hilft dir. Ah, stimmt. Mit diesem, was ist das, so ein Essens-Aufzug. Wie nennt man die Dinger? Ich habe vergessen, wie die heißen. Auf jeden Fall wird es hochgezogen und er packt dich dann. Also, ich würde sagen, aber der weiße eigentlich, dass wir krasse Ficker sind. Also, nicht, dass er... Können wir dem sagen. Weißt du, was... Sollen wir das, sollen wir das sagen, dass wir krasse Ficker sind? Nee, okay, gut. Nein, 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 das sind alles ein. Also, wenn du mich jetzt fragst, was ich machen würde, also, was wir jetzt machen würden, was ich dir jetzt vorschlagen würde, wenn wir jetzt wirklich in diesem Szenario wären, wäre, ich würde sagen, lass uns die Treppe hochgehen. Ja, auf jeden Fall. Also, dieses religiöse Shit, das liegt für Morsch. Nee, Mann, da will ich nicht. Obwohl, wenn es Morsch ausliegt, heißt es, dass es eine offene Area und dass auch schon da Holz verfallen ist. Das heißt, da werden unwahrscheinlich Leute sein. Also, vielleicht gar nicht so schlecht, aber religiöser Shit, ich weiß, ja, sollte man. Ich sage auch oben, oben ist sicherer, von oben kannst du dir die Lage überblicken. Ja, genau, bei mir ist es auch immer so, ich will, wenn so ein Szenario ist, will ich oben sein und nicht irgendwie unten oder so ein Scheiß. Ja, das ist so, das ist voll der animalistische Instinkt, deswegen gehen Katzen auch immer auf irgendwelche Sachen drauf. Vielleicht sind wir Katzen. Vielleicht sind wir Katzen. Ich bin eher ein Faultier. Ich merke gerade, ich merke gerade, dass wir schon aufnehmen und ich habe immer noch meine Brille an, aber das ist meine Gamer-Brille. Das sollten die Leute, die... Das ist meine Gamer-Brille. Das ist die Battle... Deine Fresse. Die habe ich immer Battle-Brille genannt damals, ohne Shit. Deine Battle-Brille. Meine Battle-Brille. Damals war ich noch jünger, vor einem Jahr. Vor einem Jahr. Ich sage es dir, wie es ist, es wäre weniger cringe, wenn du sagen würdest, damit hältst du einen Kaffee-Cup in der Haupt... in der links muss auf der Hauptstraße, als wenn du da besorgen würdest. Also dort war die Apple-Brille. Ja, gleichzeitig arbeite ich in dem Apple-Store. Okay. Fuck it. Ich schreibe jetzt, wir nehmen jetzt Option 2. Wir gehen die Treppe hoch, okay? Ihr entscheidet euch, die knarrende Treppe hinauf zu steigen. Die Dunkelheit wird dichter und das fahle Licht eurer Taschenampe wirft lange, gespenstische Schatten an die Wände. Mit jedem Schritt hört ihr, wie das alte Holz unter euch ächzt. Oben angekommen, führt euch ein schmaler Flur mit geschlossenen Türen zu beiden Seiten weiter. Das Licht flackert und an den Wänden seht ihr alte Fotografien der ehemaligen Patienten. Ihre Gesichter von Angst und Schmerz gezeichnet. Plötzlich hört ihr das Leisesuchen eines Überwachungssystems, das eigentlich abgeschaltet sein sollte. Ein Monitor in der Ecke zeigt das Bild einer Überwachungskamera. Und auf dem Bild seht ihr das verschwommene Bild eines Mannes in einem weißen Kittel, der sich vorsichtig durch die Räume bewegt. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Untersucht das Überwachungssystem und versucht herauszufinden, wo sich der Mann befindet. Vielleicht ist er ein Überlebender oder ein versteckter Mitarbeiter des Experiments. Aber das könnte auch Zeit kosten und Aufmerksamkeit auf euch ziehen. Option 2. Ignoriert das Überwachungssystem und besucht stattdessen die umliegenden Zimmer. Hier könnte es Patientenakten oder medizinische Berichte geben, die Hinweise auf das Experiment enthalten. Ihr müsst jedoch vorsichtig sein, denn jedes Zimmer könnte eine andere Überraschung bereithalten. Option 3. Folgt den Geräuschen und begebt euch in Richtung des Flügels, den der Mann im Kittel betreten hat. Es ist riskant, direkt hinter ihm herzugehen. Aber wenn er Teil des Experimentes ist, könnt ihr euch zum Herzen des Geschehens führen. Euer nächster Schritt entscheidet, ob ihr eine wertvolle Information oder vielleicht ein neues Risiko entdeckt. Okay, das sind jetzt unsere Optionen. Aber, lieber Leo, ich würde sagen, ich würde definitiv diesen Bastard niemals hinterher laufen. Niemals. Ich hätte was anderes gesagt. Ich sag's dir, wie es ist. Was? Guck mal. Was will er tun? Also... Ja, stell dir mal vor, wir folgen diesem Bastard. Und vor der Tür steht dieser Chris Walker. Was machen wir? Haben wir den Salat? GG, easy. Also, das spielt, glaube ich, nicht genau. Ich mach den Shane mit dir aus The Walking Dead. Ich schieß dir, ich steck dir irgendwas in ein Bein. Ich trete dir so ein Schienbein und renne weg, dass er dich zuerst packt. Ich will gar nicht. Nee, also... Ich will ja nicht so schnell. Aber zu zweit könnten wir den noch halb bisschen so... Nee, nee. Zu zweit könnten wir den, glaube ich, auch nicht... Warum reden wir über diesen Typen, als wäre er jetzt gerade präsent? Jetzt gerade präsent sind diese drei Optionen. Und ich würde wirklich sagen, dass ich Option 1 nehmen würde. Dass wir das Überwachungssystem untersuchen und herausfinden, wohin der Typ überhaupt gelaufen ist. Nee, das ist eine gute Sache. Das sind wir safe erst mal. Und da war halt die Gefahr, dass es halt uns Zeit kosten und dass wir halt Aufmerksamkeit auf uns ziehen können. Ja, aber was wollen die tun? Die kommen dann halt hochgerannt, dann müssten wir die ja eigentlich wahrnehmen schon irgendwo. Ja. Und die gucken ja in keine Schränke. Weswegen? Wissen wir ja nicht. Wissen wir nicht. Sehr gut. Wir wissen nicht, ob die in die Schränke reinschauen oder nicht. Aber ich würde rein theoretisch wirklich, ich würde Option 1 nehmen. Ähm, ich würde jetzt nicht das Überwachungszimmer ignorieren, macht ja keinen Sinn. Warum denn auch? Wenn wir das da schon... Es ist doch präsent, warum sollen wir den Scheiß ignorieren? Also ich würde sagen, wir nehmen Option 1. Oder? Easy. Option 1. Oder wir teilen uns auf. Mach den Schleiter auf. Nee. Na, na... Ey, ich weiß nicht, ob wir das... Wo ist der Typ mit daher und ich gucke, und ich gucke, wohin ihr geht? Warte mal ganz kurz. Warum nehme ich jetzt... Warum werde ich vorgeschickt? Du bist doch der Hund, der gehen wollte. Nee, du gehst vor, du kannst sterben. Nein, ich sterbe nicht. Ich werde sterben, wenn ich da vorgehe. Das ist das Problem. Nee, ich würde auf jeden Fall sagen, machen wir so, ey. Ja, also ich würde sagen, Überwachungssystem überprüfen. Yes. Ihr seht genauer auf dem Monitor und bemerkt, dass mehrere Überwachungskameras noch aktiv sind. Eine Kamera zeigt den Mann in einem verlassenen Labor, der gerade hektisch durch einige Unterlagen blättert. In einer anderen Aufnahme könnt ihr die Kapelle sehen, die ihr auf dem Weg hierher bemerkt habt. Auf dem Bildschirm ist dort eine Gestalt, in einer Art Ritualrube zu erkennen. Regungslos und mit dem Rücken zur Kamera. Ihr strollt durch die Feeds, als plötzlich das Bild der Kamera im Labor flackert und aussetzt. Ein dumpfes Rumpeln und ein Flüstern heilen über den Monitor. Der Mann im Kittel dreht sich abrupt um und scheint jemanden oder etwas zu bemerken. Dann bricht die Kamera ab. Bevor das Bild verschwindet, seht ihr noch, wie eine dunkle, verzerrte Gestalt auf ihn zukommt. Hier kommen eure Optionen. Option 1 Begeht euch sofort in die Richtung des Labors, um den Mann zu finden. Vielleicht braucht ihr Hilfe oder ihr könnt ihn ausfragen, bevor die Bedrohung näher kommt. Option 2 Untersucht die Kapelle, da dort auch eine Gestalt zu sehen war. Die Person in der Ritualrube könnte etwas mit den Experimenten zu tun haben oder Antworten liefern. Aber die Atmosphäre dort ist unheimlich und das Risiko groß. Option 3 Schaltet das Überwachungssystem ab und verlasst schnell den Bereich. Die Kameras könnten euren Standort verraten. Sich hier aufzuhalten könnte unklug sein, wenn ihr unbemerkt bleiben wollt. Wie geht ihr beiden vor? Um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen. Ich habe dir gesagt, dass wenn wir da hingehen werden, gefickt werden. Jetzt wird dieser Labor-Kittel-Typ, wird jetzt gebumst von was auch immer dort den Typen verfolgt. Was auf den Typen da zukommt. Ich kann mir vorstellen, dass es eventuell dieser War Rider sein könnte. Weil es ist eine dunkle Gestalt. Ja, es könnte das sein. Nee, nee, aus dem originalen Spiel. Ach, der normale Typ. Nee, nee, nee. Auch Müssenboe. Da kommt ja auch... Egal. Das ist ja... Es könnte das sein oder es könnte Shaquille O'Neal sein, der jetzt plötzlich auch da ist. Eine dunkle, große Gestalt, die auf ihn zuläuft. Das war nicht racist. Das war nicht racist. Warum soll das racist sein? Hab ich doch nichts gesagt, Alter. Ja, weil ich habe da einen Blick schon... Das war schon wieder... Es könnte sein, right? Es ist doch ein Kompliment. Ein großer, gut aussehender, schwarzer Mann. Ja. Ja. Aschek hier und dir, das ist wirklich ein cooler Typ. Ich kenne doch die... Grüße gehen raus an dich, Check. Grüße gehen raus. Schick mal einen unterschriebene Schuh rüber. Aus Prinzip. Tschüss, Alter. Was soll der denn verpacken, Alter? Der hat Schuhgröße 54 oder so. Ja, so einen riesen Frachter-Katal. Kindersack. Ja, oder irgendwas in die Richtung. Ja. Shaquille O'Neals Schuhe wollen wir hier haben. Im Stream. Nebenbei habe ich dir das letztens erzählt. Ich habe es gerade vergessen. Wo ist... Wo ist mein Basie? Ich habe mir noch die ganze... Ach da. Warum hast du einen Basie? Pass auf. Das ist der Basie. Meine Zuschauer aus dem letzten Video kennen das schon. Der Basie ist jetzt ein fester Bestandteil dieses Kanals. Okay. Ist jetzt ein fester Bestandteil des Kanals. Und einer hat sogar in die Kommentare geschrieben, dass wir dem einen Namen geben sollen. Ich würde dem gerne einen Namen geben, dem Basie. Wer ist mit... Nee, ich lasse Leute entscheiden. Die sollen entscheiden an dieser Stelle. Schreibt in die Kommentare, wie wir den Basie nennen. Das ist interessant. Bitte nennt ihn Frederic. Warum Frederic? Willst du schon wieder auf Freddy Fesbier? Nein, Freddy... Freddy Fesbier. Oh, Fnaf. Ich komme von dir nicht weg. Ich liebe dich. Aus Prinzip nicht. Nein. Boah, ich werde jetzt alle Leute anstachen. Fuck you. Alles... Das schlittet 20 Mal. Nenn ihn bitte Freddy Fesbier. Fuck it. Aber warte, ich habe hier auf eine Gameboy-Uhr geguckt und wir müssen weitermachen. Du hast eine Gameboy-Uhr. Wir müssen weitermachen. Die ist cool. Auf jeden Fall. Die ist echt zick, ne? Ich finde die richtig cool. Stimmt. Auf jeden Fall. Die ist mit Gamescom-T-Shirt. Auf jeden Fall GamerDrip ist dabei. Apropos, wir müssen aber Gamescom... Ich sage es dir noch einmal. Ich möchte nächstes Jahr, wenn die Welt noch steht, so wie sie ist, nächstes Jahr will ich auf die Gamescom gehen. Also, ja. Also, das wird zumindest zu zweit dorthin gehen. Und das wird lustig. So einen Vlog aufnehmen. So auf den Weg. Ja, und wir müssen definitiv nebenbei Shotgun, wenn wir mit der Karre fahren, dass ich das Album entscheiden darf, was wir hören. Und es wird JPG 2 sein. Ja, Mann. JPG 2. Die gesamte Fahrt über. So, perfekt. Zu weit ausgeschwacht. Stell dir mal vor, wir reden das so in diesem Überwachungsraum. Wir gehen zur Gamescom und JPG 2. Warst du eine Gameboy-Uhr? Ja. Oh, die sagt cool, Mann. Mein Bödsvorschläger heißt Frederik. Also, habe ich... Beim nächsten Szenario müssen wir aber schon die Sachen... Wir machen auch unsere Ausrüstung zusammenstellen beim nächsten Szenario. Egal. Ich habe dir schon... Liked, wenn das nächste Szenario FNAF sein soll. Nein. Okay. Aber warte mal kurz. Da hätte ich aber auch ehrlich gesagt Bock drauf. Aber hier in der... Jetzt auf einmal. Jetzt auf einmal. Nee, also, die Szenar... Du musst weitermachen, Bro. Okay, sorry. Okay, sorry. Gut, was hältst du von... Ich würde sagen, wir gehen... Ich würde Option 3 nehmen. Dass wir das Überwachungssystem abschalten und den Raum verlassen. Oder... Ja. Wir können natürlich in die Kapelle gehen und diese Gestalt dort angucken, die dort regungslos dasteht. Warum auch immer. Nee. Wir gehen einfach weg und gucken, wo wir hingehen, während wir gehen. Ja. Ich würde sagen, wir gehen weg und schalten das Überwachungssystem ab. Ja. Ja. Okay. Dann locke ich das mal so ein. Ihr entscheidet euch, das Überwachungssystem abzuschalten und schnell den Bereich zu verlassen. Der Gedanke, dass die Kameras euch vielleicht schon verraten haben, lässt euch keine Ruhe. Wer auch immer noch hier ist, sollte nicht wissen, wo ihr euch gerade befindet. Nachdem ihr das System deaktiviert habt, schleicht ihr zurück in den Korridor. Die plötzliche Stille nach dem Abschalten der Monitore ist beklemmend. Kaum habt ihr die Tür hinter euch abgeschlossen, als ihr das entfernte Echo von schweren Schritten hört. Die Schritte kommen näher und klingen wie die eines großen, schweren Mannes. Vielleicht jemand, der alles andere als freundlich ist. Eure Taschenlampen flackern kurz und ein kalter Luftzug streift euch, als plötzlich eine Tür am Ende des Flurs mit einem lauten Krachen aufschlägt. Ein Hauch vom hudrigem Blutgeruch dringt zu euch herüber. Ein gedämpftes, kehliges Grunzen ist zu hören. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Versteckt euch in einem der Patientenzimmer entlang des Flurs. Ihr könnt durch das Fenster spähen und versuchen, die Bedrohung zu beobachten, ohne entdeckt zu werden. Option 2. Rennt zurück zur Treppe und versucht, in den unteren Stock zu entkommen. Vielleicht könnt ihr die Person abschütteln, aber das Geräusch könnt ihr sie anlocken. Option 3. Sucht nach einem anderen Ausweg. Am Ende des Flurs seht ihr eine Tür, die vielleicht zu einem weiteren Treppenhaus führt. Es könnte eine Falle sein, aber das Risiko müsst ihr vielleicht eingehen. Drachenlott. Ey, warte auf, nein, nein, nein. Also ich kann dir schon was sagen, was gefährlich ist von dem. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass das dieser fucking... Ich wollte es vermeiden, dass wir diesem Typen auftreten. Also, dass wir wirklich diesem Typen begegnen. Schwere Schritte kann nur dieser Chris Walker-Bastard sein. Ja, wir werden gefickt, wenn wir dem Typen begegnen. Da bin ich dir... Da bin ich sicher. Sogar Frederik wird da nicht helfen. Frederik würde da... Warum heißt er jetzt Frederik? Heißt er nicht, der Baseballschläger heißt nicht Frederik. Punkt. Deswegen, der Fettsack, der wird doch locker. Also, ich meine, wenn die Treppe mich ausgehalten hat, hätte ich wahrscheinlich auch den aus. Aber locker da durchfallen. Und wenn wir jetzt weglaufen und versuchen zurück in die ersten Tage zu kommen. Ja, also wenn wir zurücklaufen, dann müsst ihr ja den Weg auch nehmen. Stell dir vor, aber da wo er ist, gibt es so eine andere Treppe, die direkt unterführt, wo wir sind. Das wäre richtig. Ja, eben, das könnte... Ja, und was ist, wenn wir durchsprechen und erstmal gelebt sind, minimal. Deswegen ist das schon mal eine schlechte Entscheidung. Ja, also ich würde rein theoretisch, also guck mal, unsere Optionen sind Patientenzimmer. Entlang des Flurs können wir uns auch verstecken, eben, wo wir durchs Fenster spielen. Und gucken können, was der Bastard so treibt. Würde ich am ehesten machen, tatsächlich. Weil er hat schon bei dem Verein gesagt, das könnte eine Falle sein. Nee, bei... Wenn wir am Ende des Flurs soll noch eine Tür sein. Genau. Die vielleicht zu einem weiteren Treppenhaus führt. Wo... Also, es ist vielleicht. Vielleicht zu einem weiteren Treppenhaus führt, ist ja die Sache, ne? Es ist ein Risiko. Ich würde sagen, wir nehmen trotzdem... Also, ich bin für Option 1, dass wir uns im Patientenzimmer verstecken, obwohl ich gar keinen Bock habe. Aber ich sage es dir ganz ehrlich, mein erster Instinkt wäre einfach abzuhauen. Ich sage dir, wie es ist. Mein erster Instinkt wäre, zurück zur Treppe zu gehen und runter zu kommen. Weil, wir können ja rein theoretisch... Wir sind ja reingekommen, wir können ja auch wieder raus aus dem Asylum. So, dass wir den halt wie im Video spielen. Raus friggern, sodass er wieder von uns ablässt und wieder zurückläuft. Wißt du, was ich meine? Es war doch in Elden Ring, in Skyrim ist es auch so, wenn die Gegner in einer bestimmten Range gelaufen sind, dass sie da wieder zurückdrehen einfach. Also, ich sage es dir, wie es ist. In Real Life World wieder weggehen. Ja, ich sage es dir auch. Aber, 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 wir sind ja mit der Intention reingegangen, dass wir die alle Hops nehmen wollen. Also, unsere Intention ist ja, dass wir da eine Mission haben. Wenn wir da keine Mission hätten, würden wir es safe abhauen, ja klar. Aber wir wissen ja, dass das scheiße abläuft. Nehmen wir, nehmen wir Option 1. Verstecken wir uns. Ja, verstecken. Verstecken? Auf jeden Fall. Gut, dann locken wir das ein. Ihr entscheidet euch, euch in einem der Patientenzimmer entlang des Flurs zu verstecken. Schnell öffnet ihr die nächstgelegene Tür, schlüpft hinein und schließt die Leise hinter euch. Ihr haltet den Atem an und späht durch das kleine, vergitterte Fenster der Tür hinaus in den Flur. Die schweren Schritte kommen näher, begleitet von einem tiefen, kehligen Grunzen, das euch einen Schauer über den Rücken jagt. Ihr könnt gerade noch erkennen, wie eine massive Gestalt durch den Flur schlurft. Der Mann ist riesig, mit narbiger Haut und einem verdrehten, gequähten Ausdruck im Gesicht. Eine monströse Figur, die definitiv nicht nach Hilfe sucht. In seiner Hand hält er ein rostiges, blutverschmiertes Werkzeug, das mehr einer Folterwaffe als einem einfachen Werkzeug gleicht. Plötzlich hält er inne und schnüffelt in der Luft, als hätte er eure Anwesenheit gespürt. Er wendet sich langsam in eure Richtung und bleibt direkt vor der Tür stehen, hinter der ihr euch versteckt. Seine massige Hand hebt sich und er beginnt leise an der Türklinke zu rütteln. Das sind eure folgenden Optionen. Option 1. Bleibt vollkommen still und hofft, dass er weitergeht. Vielleicht denkt er, dass der Raum leer ist, wenn er keine Geräusche hört. Option 2. Bereitet euch darauf vor zu kämpfen, falls er die Tür öffnet. Ihr könnt einen Gegenstand im Raum suchen, um euch zu verteidigen, aber der Kampf könnte gefährlich werden. Option 3. Versucht langsam das Fenster im hinteren Teil des Zimmers zu öffnen und hinauszuklettern. Ein riskantes Manöver, aber es könnte euch eine Fluchtmöglichkeit bieten. Ihr seid in einer brenzligen Lage. Entscheidet euch weise, denn euer Leben hängt davon ab. Ich würde sagen... Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Nicht kämpfen. Nein. Also ich bin dir 100% nicht ehrlich. Wer von sich hier... Also auch hier an die Zuschauer an dieser Stelle. Wenn einer von euch glaubt. Wenn einer meint. Wenn einer ernsthaft meint. Dass er irgendwie ein Kaschballer ist für euch. Nur weil er dick ist. Das ist nicht der Drache. Nein, das ist der Drache. Aber wie geil. Safe gibt es dafür den Ball. Egal. Ey, wir sind keine Hater. Wir sind keine Hater. Das sind wir tatsächlich nicht. Ich will genießen nur die Oldschool. Das Oldschool-Met. Ja. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Gegen den zu kämpfen. Also wenn einer von uns glaubt. Wenn einer von euch da draußen glaubt. Dass er gegen den Typen ankommen könnte. Außer ihr habt Schusswaffen. Dann schreit euch. Nee. Könnt ihr vergessen. Ihr habt gesehen, was der machen kann. Was der mit diversen anderen Insassen... Hat der mit diversen anderen Insassen was gemacht? Aber ich wurde von dem ein, zwei Mal gepackt. Und wenn ein Typ, wie gesagt. Der den bloßen Schädel abreißen kann. Nee. Ich sag's euch, wie es ist. Also er weiß, dass wir das nicht angehalten. Ja, aber das macht er doch... Verstecken ist dumm. Das macht er beim Spiel auch immer. Er riecht halt. Ich glaub, er riecht halt. Keine Ahnung, gefurzt. Weiß er ja nicht. Wissen wir ja nicht. Vielleicht hab ich gefurzt. Vielleicht hat er das gerochen. Wir haben jetzt schon bei uns versteckt. Und das war scheiße. Dass wir uns jetzt versteckt haben, war wahrscheinlich die falsche Entscheidung. Safe. Ich hab doch gesagt, wir hätten rennen sollen. Das wären wir jetzt nicht live on death Situation. Also. Ich denke, wir müssen abhauen durchs Fenster. Und was wird einer von uns so blödes Nose fällen? Das ist komplett. Geschichte gelaufen. Nach sieben... Wie lange geht das abendlich? Zehn Minuten? Leo ist tot? Dann empfinden wir irgendwie eine Lebendmechanie. Keine Ahnung. Oder du... Oder du... Da musst du dem sagen, du findest ein Reja-Board. Das ist ein Reja-Board. Das ist ein Reja-Board. Leo da zu kontaktieren, weil seine Ideen immer so gut sind. Aber das wäre eine gute Idee. Das erinnert mich nebenbei. Diese Ideen erinnert mich an die zwei Jungs aus der ehemaligen Streamingzeit. Grüße gerne an die Jungs, falls ihr das hört oder nicht. Weißt du, ich hab damals, wo ich gestreamt hab. Ich hatte immer zwei Jungs bei mir drin. Und hauptsächlich einer, der immer so die dümmsten Tipps des Jahrhunderts gegeben hat. Weißt du, du spielst ein Horrorspiel. Und dann sagst du, bist voll in Panik, rennst von A nach B. Wohin geht's denn hier raus? Und er schreibt original in die Kommentare, ja, es geht da raus, wo es halt rausgeht. Das Problem ist, er hat angefangen, den Chat anzustecken damit. Und die haben dann alle angefangen, solche bescheuerten Antworten zu geben. Grüße geht raus an dieser Stelle. So, okay, wir nehmen Option 3. Wir loggen das ein. Let's go, oder? Wollen wir doch ganz vorsichtig das Fenster öffnen? Das schreibe ich dann als Antwort. Ganz vorsichtig öffnen wir das Fenster und steigen raus. Ja. Ja, das geben wir so ein. Okay, gut. Ihr entscheidet euch für die riskante Flucht durch das Fenster. Ganz vorsichtig bewegt ihr euch zum hinteren Teil des Zimmers, wobei ihr jedes Geräusch vermeidet. Die schwere Gestalt steht immer noch an der Tür, seine Hand fest um die Klinke gelegt, während er weiter grunzend und schnüffelnd auf der Suche nach eurer Anwesenheit ist. Mit zittrigen Händen löst ihr den Riegel am Fenster. Es geht langsam und ihr gebt euer Bestes, kein Geräusch zu machen. Plötzlich quietscht das Fenster ein wenig und die Gestalt an der Tür hält inne. Ein paar Sekunden vergehen. Er scheint ein Moment zu überlegen, lässt dann jedoch die Türklinke los und setzt seine schweren Schritte weiter den Flur entlang. Ihr atmet erleichtert auf, schiebt das Fenster auf und blickt hinaus. Der Weg führt in eine Art Hof, der direkt an die Rückseite des Gebäudes grenzt. Ihr schwingt euch hinaus und pannet leise auf dem harten, kalten Boden. Der Hof ist dunkel und verfallen. Die hohen Mauern ragen bedrohlich um euch herum auf. In der Ferne könnt ihr ein leises mechanisches Surren hören, wie von einem Generator, der immer noch Strom liefert. Das sind eure folgenden Optionen. Option 1. Folgt dem Surren des Generators. Vielleicht könnt ihr herausfinden, welcher Bereich des Asylums noch mit Strom versorgt wird und warum. Option 2. Sucht nach einem Fluchtweg entlang der Mauern. Es könnte eine Möglichkeit geben, sich über den Hof hinweg in einen anderen Teil des Gebäudes zu schleichen oder sogar hinaus zu gelangen. Option 3. Schleicht euch zurück ins Gebäude durch eine Kellertür, die am Rande des Hofes sichtbar ist. Der Keller könnte Antworten über das Experiment geben, aber ihr müsst auf alles vorbereitet sein. Welchen Weg wählt ihr? Boah, ich bin lowkey für den Generator. Weil wir müssen endlich Flugs finden. Wir werden einfach nur hin und her gejagt. Aber ich sag dir ganz ehrlich, ich hab das Gefühl, weil du hast doch gerade gehört, dass er, die große Gestalt, im Grunde Chris Walker, safe, weitergelaufen ist. Was, wenn der weiß, ich meine, der kennt sich ja dort aus. Was, wenn er sich gedacht hat, ah, die Bastarde wollen zum Fofinden raus. Ich geh da mal vorbei. Ich geh da, ich geh den einfach so, ne? Die wollen bestimmt irgendwie zum Keller oder zum Generator. Und dann steht, chillt er dort und wartet auf uns. Aber wozu, wozu wollen wir den Jen machen? Was, was haben wir davon? Leute brauchen Strom. Aber der Jen ist, stimmt. Und die Option war ja, dass wir dann herausfinden können, welcher Bereich des Asylums noch mit Strom versorgt wird. Ja, und wir müssen was machen. Wir rennen gerade nur weg. Das ist nicht sicher. Wir können auch in den Keller, so ist es nicht. Wir können auch in den Keller, so ist es nicht. Also, wenn ich der Fettsack wäre. Ja. Ich kenn das ja selber. Ich geh nicht gern backauf. Und der Keller ist unten. Der geht also wahrscheinlich bergab. Und wenn er uns irgendwo abschneiden wollen würde, dann wäre es ja wohl im Keller. Ja, safe. Auf der anderen Seite kann am Generator ein Kühlschrank mit Essen hängen. Also, ja. Das ist auch die Option. Also, vielleicht finden wir da auch Monster Energy. Ich kann nicht aufhören mit diesen Drachenlord-Insider momentan. Keine Ahnung, warum, ne? Ich habe momentan, da gibt es so Videos, wie zum Beispiel Drachenlord versagt in GTA. Und, bro, es gibt, glaube ich, kein einziges Spiel, das dieser Typ gezockt hat, wo er halbwegs gut war. Ja, es ist crazy. Kein einziges. Und das ist keine Beleidigung. Wie gesagt, es ist kein Hate per se. Das Witzige ist halt einfach, dass er meint, er ist krass. Egal was. Und dann fängt es an. Und er kackt bei den dümmsten Sachen ab. Match Ezio! Ja, das. Ezio, du blöde Dreckser. Oder 20 Minuten lang erstmal im GTA-Intro festhängen. Er schneidet davon nichts raus. Und du hörst alle 5 Minuten nur... Und entniehst und rotst so in den Mic rein. Ja, gut. Nochmal zurück zum Thema. Wir gehen zum Stromgenerator-Punkt. Ich würde sagen, ja, was hältst du davon? Wenn wir da wirklich sehen können, welcher Teil des Asylums noch mit Strom versorgt wird. Warum auch wir das sehen sollen können mit einem Stromgenerator. Ist da ein Bildschirm drauf oder so? Ne. Kabel verfolgen. Kabel verfolgen. Oder, warte mal, es gab ja noch die Option 2, dass wir einen Fluchtweg entlang der Mauern suchen. Ja, aber wozu wollen wir fliehen? Ich meine, wir können ja safe spielen. Wir können ja zuerst so ein Gen. Und wenn der Generator gefährlich ist, können wir immer noch backtracken, wenn möglich. Und sagen, okay, wir hauen über die Mauern ab. Oder so. Okay, wir locken einfach mal. Wir folgen den Suchen des Generators ein. Okay. Ihr entscheidet euch, dem geheimnisvollen Suchen des Generators zu folgen. Der Klang scheint aus einem Bereich hinter den alten Mauern zu kommen, verborgen im Schatten des Hofs. Vorsichtig und so leise wie möglich bewegt ihr euch in Richtung des Geräuschs. Jeder Schritt bringt euch tiefer in die Dunkelheit, doch das Suchen wird lauter und deutlicher. Nach einigen Minuten erreicht ihr eine kleine verrostete Metalltür, die einen schmalen Eingang zur anderen Seite des Gebäudes freigibt. Das Geräusch des Generators ist jetzt direkt hinter dieser Tür und mit ihm das Gefühl, dass sich eine weitere Ebene des Schreckens verbirgt. Ihr drückt die Tür vorsichtig auf und betretet einen schmalen, düsteren Raum, der von flackern dem grünlichen Notlicht beleuchtet wird. In der Mitte des Raums steht ein alter Generator, der wie ein Lebenszeichen in dieser toten Zone wirkt. Doch euer Blick fällt auf etwas, das euch das Blut in den Adern gefrieren lässt. Eine Reihe alter Monitore, die die Sicherheitskameras im Gebäude zeigen. Auf einem der Bildschirme könnt ihr den riesigen Mann sehen, der langsam durch die Flure streift. Genau dort, wo ihr gerade noch wart. Neben den Monitoren liegt eine Akte mit dem Titel Projekt Nachtwandler. Notizen zur Schlafmanipulation. Ihr werft einen schnellen Blick hinein und seht Berichte über Patienten, die in einen schlaflosen, wachen Zustand versetzt wurden. Ihre Urängste verstärkt, ihre Psyche zerstört. Manche dieser Patienten sollen noch immer hier sein. Gefangen in einem ewigen Warnzustand, der sie zu Jägern in dieser Hölle gemacht hat. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Nehmt die Akte mit und versucht den Generator zu manipulieren, um das Licht im Gebäude anzuschalten. Das könnte euch helfen, eure Umgebung besser zu sehen. Könnt ihr aber auch andere Jäger anlocken. Option 2. Schaltet den Generator aus und versteckt euch im Raum. Ohne den Generator wird das Gebäude in totale Dunkelheit gehüllt, was euch möglicherweise Vorteile verschafft, aber auch Risiken birgt. Option 3. Geht zurück und folgt einem der Notausgänge, die auf einem Plan neben den Monitoren angezeigt werden. Ein Notausgang könnte eine Fluchtmöglichkeit bieten, doch der Plan zeigt, dass er durch die Kapelle führt. Also, die Kapelle ist tot für mich. Die Kapelle ist tot für dich? Also, ich habe schon gemerkt, dass er versucht, uns in die Kapelle... Er will uns da hin! Er will jetzt in die Kapelle locken. Ich würde sagen, hier ist für mich der safest Shot 2. Das machen. Ja. Aber wenn die uns nicht sehen können, können wir... Also, wenn wir sie nicht sehen können, können die uns nicht sehen. Vielleicht denken die, wir sind einer von ihnen. Nee, ich glaube nicht, dass... Ich glaube, das so funktioniert. Wir haben literally die Akte von dem Nightwalker in diesem Raum gefunden. Und ich glaube, das ist schon so Foreshadering von wegen... Ja, genau. Begegnet diesen Kreaturen der Nacht in der Nacht in der Nuklein. Nee, es ist... Mach das! Es geht ja hierbei um die Patienten. Ich glaube, hier, wo du uns gerade geforscht hast... Ja, ja, die Schlafwandel. Die Vollidioten. Ja. Aber ich glaube, unironisch... Boah, das ist eine sehr schwere Entscheidung. Das ist jetzt... Wirklich, wir sind gerade in der Situation, wo alles abgefuckt ist, in meinen Augen. Unironisch, ich werde durch die Kapelle. Durch die Kapelle? Das Problem ist... Das Problem ist... Ja. Egal, was wir jetzt machen dort, das tut für fett auch Sinn erregend. Machen wir es an. Chirp. Chirp. Machen wir es aus. Chirp. Die wissen, dass wir da sind. Safe. Und wir haben jetzt schon zweimal die Kapelle erbeutelt. Vielleicht gibt es uns ja dort eine Möglichkeit, irgendwie uns zu verteidigen. Mein Gott, es ist eine Kapelle. Ich meine, vor allem, wenn du dieser eine Typ bist, können wir doch die Fresse polieren. Ganz ehrlich. Eben, ganz ehrlich. Wir schreiben doch ganz schnell, wir sind erfahrene Kampfsportler. Weißt du, für das nächste Abenteuer, nur mal so zum Festhalten, wir sollten uns Stats aufbauen, die vielleicht, die uns eben, ne? Ja. Die uns gegeben wird. Ja, einfach zur Beschreibung. Ja, oder wir bauen uns den auf. Also, oder wir nehmen uns, wie wir jetzt sind. Das wäre auch interessant. Ganz ehrlich, also, wenn ich ich wäre und an diese, an die Kapelle gehen müsste, fuck it. Ich greife mir irgendwas, ich gehe da hin, fuck it. Den würde ich auch so, hier, außerdem haben wir Basie. Nicht vergessen. Frederik, ja. Frederik ist auch dabei. Nee, er heißt jetzt Charlie. Charlie haben wir dabei. Ja, gut. Wir gehen einfach, wir gehen einfach, Kapelle, es ist Episode 1, was soll das passieren? Was soll das passieren? Als ob wir, als ob wir sofort, als ob wir sofort sterben. Ja, aber in der nächsten Episode, ihr werdet aufgespießt, seid tot. Ihr seid Kapelle gegangen, da ist der Punisher. Also, Frank Castle wartet auf euch, ihr seid tot. Warum auch immer. Okay, noch zu in 3 eingeloggt, let's go. Ihr entscheidet euch, dem Plan zu folgen und in Richtung des Notausgangs zu schleichen, der durch die Kapelle führt. Ihr lasst die Akte und den Generator hinter euch und wagt euch zurück in die Dunkelheit des Gebäudes. Die Luft ist still, aber die beklemmende Spannung bleibt. Mit jedem Schritt in Richtung Kapelle spürt ihr, dass dieser Ort noch tieferes Schrecken verbirgt. Der Flur, der zur Kapelle führt, ist mit verblassten religiösen Symbolen und verstörenden Kritzeleien übersät. Einige der Wände scheinen Risse aufzuweisen, als hätte jemand oder etwas versucht, sich gewaltsam durch das Mauerwerk zu kämpfen. Schließlich erreicht ihr die massiven Doppeltüren der Kapelle, die halb geöffnet und vom Ross zerfressen sind. Vorsichtig schiebt ihr euch durch den Spalt und tretet in die unheimliche Stille der Kapelle. Der Raum wird von einem Fallen nicht erleuchtet, das durch das ersplitterte Fenster reinscheint. Doch was euch den Atem stocken lässt, ist die Gestalt in der Mitte des Raumes. Eine Person in einer dunklen Ritualrobe, die stummend gesenkten Kopf vor dem Altar steht. Um sie herum sind leere Augenhöhlen und blutige zerfetzte Masken aufgestellt, die an Patienten oder Pfleger erinnern könnten. Ohne ein Geräusch schiebt die Gestalt langsam den Kopf und dreht ihn in eure Richtung. Die Kapuze gleitet zurück und ihr erkennt ein Gesicht, das entstellt es von Narben und wahnsinnigen Augen. Ein irrer, kaum wahrnehmbarer Flüsterton halt durch die Kapelle. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Sprecht die Gestalt an und versucht herauszufinden, wer oder was sie ist. Vielleicht ist diese Person der Schlüssel zu dem, was hier vor sich geht. Doch Vorsicht, ihr wisst nicht, ob sie Freund oder Feind ist. Option 2. Schleicht euch leise an ihr vorbei zum Notausgang hinter dem Altar. Der Ausgang ist nur wenige Meter entfernt, aber ihr müsst leise sein, um nicht entdeckt zu werden. Option 3. Sucht nach einem Versteck in der Kapelle und beobachtet sie. Vielleicht gibt es hier eine Nische oder ein Versteck, von dem aus ihr herausfinden könnt, was diese Person hier macht, ohne euch zu zeigen. Ihr seid an einem kritischen Punkt. Euer nächster Schritt könnte den Weg zur Flucht oder zu einem tiefen Sturz in den Wahnsinn bedeuten. Ich sag drei, safe, safe. Drei? Verstecken und gucken, was sie so treibt. Ich würde sagen, wir sprechen sie an. Wir machen, hallo? Ja, klar. Hallo? Geht's Ihnen gut? Sir, können wir helfen? Ich finde es schlecht, dass es keine Option ist, den Backstein auf dem Hinterkopf zu klatschen. Ja, das wird es besser machen. Vielleicht können wir das ja. Aber nee, es ist ja ein geführtes Abenteuer. Dementsprechend müssen wir uns halt auch an die Option. Du, wir wollen es probieren. An dieser Stelle, Freunde, schreibt mal in die Kommentare, falls ihr soweit gekommen seid, ob da noch jemand dabei ist, schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das gerne haben wollen würdet, dass wir mehr Freiraum haben, wie zum Beispiel es Leo gerade gesagt hat, dass wir einen Backstein nehmen und es eben der Gestalt auf den Kopf werfen können. Oder ob wir uns strikt an die Option halten müssen, damit das Abenteuer eben strukturierter verläuft und sich nicht halt in der Unendlichkeit zerläuft oder verläuft. So, schreibt es bitte in die Kommentare. Ich finde, ein bisschen mehr Freiheit wäre gut, also wie zum Beispiel das mit dem Backstein. Ja, aber wir halten uns an die Optionen. Wir spielen jetzt fair. Da muss man auch ein bisschen aufpassen, weil, ohne dich jetzt zu zerbrechen zu wollen, dieses By Death by AI, das ist ja sowas Entferntes. Nein, nein, nichts, wir sind krasser. Und ich habe mal alle Runden gewonnen, indem ich Code als Lösung genommen habe. Code? Einfach nur, weil ich der R gesagt habe, dass das funktioniert. Okay. Zum Beispiel, ich habe die aus dem Knast frei. Ich forme aus Code einen Schlüssel. Wow. Und die hat das akzeptiert. Und das ist so dumm. Das ist... Sag ich ja. ...und eine Gehaltserhöhung. Ich speise meinen Chef mit Code und er ist beeindruckt. Und das ist halt das, was ich sagen möchte. Das ist so, aber unsere Story bisher finde ich absolut nice. Wir haben es richtig gut hingekommen. Es ist deutschlandweit das allererste, der krasseste Shit, den ich jemals gesehen habe. Aber ich finde, wie gesagt, auch als Teilnehmer gerade an der ganzen Scheiße, es macht mir mega Bock. Ohne Witz. Also Spaß beiseite. Es macht super viel Spaß. Und ich würde weiterhin, um nicht zu weit auszuschweifen wie in vorherigen Podcasts, wo nach drei Stunden in der Hälfte nur Scheiße kommt und ich das dann wieder verwerfen muss, würde ich sagen... Verstecken. Verstecken. Option. Ja. Drei. Ihr entscheidet euch in der Kapelle zu verstecken und die Gestalt genau zu beobachten. Ihr schleicht leise zu einer dunklen Nische hinter einer zerfallenden Punk-Reihe. Kaum ein paar Meter von der Gestalt entfernt. Eure Herzen pochen. Und ihr haltet den Atem an, während ihr jede Bewegung der unheimlichen Figur genau verfolgt. Die Gestalt beginnt leise und monoton Worte zu murmeln, die ihr kaum versteht. Doch einige Fetzen lassen euch erschaudern. Erlösung durch Schlaf. Das Erwachen der Nachtwandler. Befreit euch von den Fesseln der Vernunft. Die Stimme klingt fast tranceartig, als ob die Person selbst in einem wachen Albtraum gefangen wäre. Dann hebt die Gestalt einen seltsamen gläsernen Behälter mit einer Flüssigkeit darin, der im schwachen Lichtgrün nicht schimmert. Sie hält ihn vor sich, als würde sie ein Ritual vollziehen und murmelt weiter. Ihr spürt eine seltsame Spannung in der Luft, als ob etwas Unsichtbares anwesend wäre und das Ritual beobachtet. Plötzlich zerschlägt die Gestalt den Behälter auf dem Altar und die Flüssigkeit verteilt sich über den Stein. Ein widerlicher Geruch bereitet sich aus. Die Person scheint von ihrem Ritual besessen und bemerkt nicht, dass sie sie beobachtet. Doch in diesem Moment ertönt ein leises Knarzen hinter euch. Und ihr dreht euch gerade noch rechtzeitig um, um die massige Silhouette des monströsen Mannes im Flur zu sehen, der euch offenbar gefolgt ist. Er schaut euch direkt an und grinst grausam. Seine Zähne blitzen im schwachen Licht. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Versucht die Gestalt im Ritual auf die monströse Figur aufmerksam zu machen. Vielleicht könnten sie sich gegenseitig ablenken oder sogar bekämpfen, was euch eine Fluchtmöglichkeit bieten könnte. Option 2. Lauft zum Notausgang hinter dem Altar und versucht durchzubrechen. Es ist riskant, aber vielleicht habt ihr eine Chance, wenn ihr schnell genug seid. Option 3. Werft etwas aus der Nische, um seine Aufmerksamkeit abzulenken und versteckt euch erneut. Wenn ihr leise genug seid, könnt ihr der Riese euch vielleicht nicht entdecken und stattdessen die Gestalt im Ritual untersuchen. Dies könnte euer letzter Ausweg sein. Entscheidet euch weise. Was ist hier ein Safe Shot, Leo? Ich weiß es nicht. Also für mich wäre es... Gar nichts, gar nichts, gar nichts. Das erneut verstecken ist dumm. Aber der... Wie soll das funktionieren? Aber der Typ ist auch dumm. Oder er ist dumm. Also... Er ist uns hier gefolgt. Er hat ja... Also der ist nicht dumm. Er hat ja... Also er ist... Ja, aber wir wissen ja auch nicht, ob er so da oben entlang gelaufen ist. Stelle vorher, wir waren ja noch vorher oben. Oder am Flur. Er ist entlang gelaufen. Fällig in die Kapelle. Oder er ist am Fenster, hat er gesehen, so hat er rausgeschaut. Wo sind diese Bastard? Und hat dann gesehen, dass da so zwei Gestalten vom Generator sagen so... Fuck, jetzt wieder zurückrennen in diese Kapelle. Kennt es sein? Wissen wir nicht. Ähm. Ähm... Aber sie aufeinander aufhetzen, ist halt auch blöd. Weil wir wissen ja nicht, ob die Feinde sind. Am Ende sind sie noch Brows und Pumsen uns zu zweit. Das ist ja noch schlimmer. Dann ist es wenigstens fair. Zwei versus zwei. Nein, ähm... Ja, du kannst gegen den Chris Walker kämpfen. Ich nehm die Ritual-Figie. Nein, ich suche das. Ich nehm die Chris Walker... Äh, ich nehm die Kapellen-Bitch. Was auch immer das ist. Eine Option ist ja auch, dass wir durch die Wand... War das durch die Wand? Lauf zum Notausgang hinter dem Altar und versuch durchzubrechen. Ich glaub, das ist sogar safest Shot. Weil am Chris Walker können wir nicht vorbeilaufen. Der Typ ist eine Wand. Der wird uns zerpflücken. Aber die Bitch, wenn wir die zu zweit Body checken... Ja, locker. Ich lass es das machen. Ja. Also ich hätt zwar bei den Stink-Sack, wir hättest die gegeneinander auf, aber... Ich würde gerne beides gerne sehen. Wirklich. Ich würde gerne beide Optionen sehen. Ich würde gerne wissen, was passiert. Am Ende dieses Videos gibt es noch ein Was-Wäre-Wer. Nein. Ich würde gerne noch wirklich die Option sehen, was passieren würde, wenn wir eben die beide aufeinander hetzen. Aber ich glaub, rein instinktiv handeln wäre bei mir wirklich ein bisschen versuchen durchzubrechen. Also rein logisch gesehen. Wir wissen es ja nicht. Und außerdem, wenn dieser Bastard uns dann folgt, würde er ja trotzdem an dieser Figur vorbeilaufen. Eben. Also entweder wird er aufgehalten oder die laufen zu zweit und zu daher. Ja, weil wenn wir jetzt was werfen, der ist hinten, die ist vorne. Wir haben dann hier so ein Gangbang-Szenario. So wie die ein oder andere Dame es kennen sollte da draußen. Niko. Ich drück... Ich war es beiseite, Freunde. Das war nur ein Aussehen. Es ist relativ spät. Ich bin müde. Wir brechen durch? Ja. Yes. Option. Okay, komm. Ihr entscheidet euch, die Gelegenheit zu nutzen und zum Notausgang hinter dem Altar zu rennen. Ohne zu zögern erhebt ihr euch aus eurem Versteck und sprintet los. Das Adrenalin schießt euch durch die Adern. Die monströse Gestalt im Flur bemerkt eure Bewegung und brüllt auf. Ein ohrenbeträumendes, rollendes Geräusch, das durch die Kapelle hält. Die Gestalt im Ritual scheint davon aus ihrer Trance gerissen zu werden und dreht sich langsam in eure Richtung. Doch ihr habt keine Zeit, euch umzusehen. Ihr erreicht den Altar und schiebt euch durch die schmale Tür zum Notausgang, die sich knarrend öffnet. Hinter euch heute die schweren Schritte des Verfolgers, der durch die Kapelle stafft und näher kommt. Ihr stolpert durch den engen Korridor und erreicht eine alte steile Treppe, die nach unten führt. Doch während ihr die Stufen hinunter eilt, hört ihr plötzlich das dröhnende Stampfen eures Verfolgers, der ebenfalls die Treppe hinunterkommt. Die Wände erzittern unter seinem Gewicht. Euch bleibt kaum Zeit zum Überlegen. Unten erwartet euch eine metallene Tür mit einem verblassten Schild drauf. Personal only. Sie scheint alldrossig und schwer, aber vielleicht bietet sie auch eine letzte Rettung. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Rappt mit voller Kraft gegen die Tür und versucht sie zu öffnen. Wenn ihr sie aufkriegt, könntet ihr euch in einen weiteren, hoffentlich sicheren Bereich retten. Option 2. Versteckt euch in einer kleinen Nische neben der Treppe und wartet ab. Vielleicht läuft die monströse Gestalt an euch vorbei und ihr könnt unbemerkt zurück in den Flur. Option 3. Nehmt die Taschenlampe und werft sie hinunter. Das könnte das Monster ablenken und ihr hättet eine Chance in eine andere Richtung zu entkommen. Eure nächste Entscheidung könnt ihr über Leben und Tod entscheiden. Wir können entweder die Taschenlampe runterwerfen, wo auch immer runter ist. Ja. Wir können uns irgendwo zusammen in die Ecke kuscheln und hoffen, dass der homophobisch ist und dann uns vorbeigeht. Oder wir können die Tür eintreten, die Metalltür eintreten. Metalltür? Ja. Die Metalltür. Ich würde tatsächlich sagen, die ist ja verrostet, die ist ja alt, oder? Ja, Metall ist Metall. Was ist deine logische Herangehensweise? Was wäre unser Instinkt? Ganz ehrlich, ich würde hoffen, es macht keinen Sinn, dass er uns vorbeirennt. Obwohl, vielleicht ist er so in einem Schwingtrauma. Und geht so runter und dann vercheckt er gar nicht, dass wir irgendwo in einem Spalte in der Ecke schilfen. Und die Taschenlampe können wir runterwerfen, dass er dann denkt, dass wir in der Tür sind. Ich glaube sogar, das ist die Lösung, aber ich lasse dich mal entscheiden. Nee, ich will nicht entscheiden. Ich will nicht der Grundsatz an Tod sein. Ich habe der letzte Call gemacht, Alter. Okay, ich würde sagen, also wirklich, ich würde versuchen, die erste Tür ein bisschen zu rütteln, ob es geht. Und dann würde ich, wenn es nicht geht, dann würde ich... Da haben wir nicht genug Zeit für. Ja, da haben wir nicht genug Zeit für. Dann, fuck it, wirf die Taschenlampe runter und hoffen, dass er davon abgelenkt wird. Ich nehme Option 3. Nehmen wir Option 3? Okay, let's go. Okay. Ihr greift nach eurer Taschenlampe und werft sie mit aller Kraft die Treppe hinunter. Das Licht taumelt und tanzt über die Wände, während die Taschenlampe scheppernd die Stufen hinabkullert. Die monströse Gestalt hält in ihrem dröhnenden Marsch inne und richtet den Blick sofort auf das Licht. Ein grimmiges, grunzender Halt durch den Korridor. Und für einen Moment scheint das Monster abgelenkt. Ohne Zeit zu verlieren, nutzt sie die Gelegenheit und schlägt zurück zur Kapelle. Das dumpfe Stampf und des Erfolgers entfernt sich in Richtung der Taschenlampe, die nun am Fuß der Treppe liegt. Ihr atmet kurz auf, wisst aber, dass ihr schnell handeln müsst, bevor ihr merkt, dass es eine Ablenkung war. In der Kapelle angekommen, seht ihr, dass die Gestalt im Ritualmantel ebenfalls abgelenkt scheint. Sie murmelt hektisch vor sich hin, als hätte das Brüllen des Monsters sie aus ihrer Konzentration gerissen. Ihr schaut euch um und bemerkt eine weitere kleine Tür an der Seite des Altars, die ihr vorher nicht gesehen habt. Das könnte eure Chance sein, tiefer ins Gebäude vorzudringen. Oder wenn ihr Glück habt, vielleicht sogar einen anderen Weg nach draußen zu finden. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Nehmt die kleine Tür an der Seite des Altars und hofft, dass sie euch weiter weg von euren Verfolgern führt. Ein riskanter Fahrt, aber vielleicht der einzige Weg zur Freiheit. Option 2. Geht zurück zum Überwachungsraum und schaltet die Kameras wieder ein. Es könnte euch helfen, die Position eurer Verfolger zu überwachen und einen sicheren Flugweg zu planen. Option 3. Versucht die Gestalt im Ritualmantel zum Reden zu bringen. Es könnte gefährlich sein, aber vielleicht hat sie wertvolle Informationen, die euch weiterhelfen. Ich nehme fucking Option 1. Da gibt es glaube ich nichts dran zu rütteln. Das einzige Sorge, wenn ich so eine Situation hätte, wäre die, dass es dann einfach nicht mehr weitergeht. Weißt du, was ich meine, dass du dann in diese Tür reingehst und so eine Abstellkammer oder so ein Scheiß. Was sagst du, Leo? Cam ist eigentlich kein schlechter Call. Du meinst zurück zu dem Überwachungsraum? Ja, weil er wirklich schneller sein als wir, unwahrscheinlich. Wir haben auf jeden Fall einen kleinen Vorsprung. Aber, boah, da wissen wir auch, wo er ist. Das ist auch nicht schlecht. Aber ich glaube, wir wollen weiter rein. Ich würde natürlich, also... Da muss das Risiko nehmen. Ja, ich würde sagen, gleich reinjumpen. Ihr entscheidet euch für die kleine Tür an der Seite des Altars und schleicht euch vorsichtig dorthin, ohne unnötige Aufmerksamkeit zu erregen. Die Tür ist alt und knacht leise, als ihr sie öffnet, aber das Geräusch ist kaum hörbar in der bedrückenden Stille der Kapelle. Hinter der Tür fährt ein schmaler, dunkler Gang weiter in die Tiefen des Gebäudes. Der Luftzug ist kühler hier und riecht nach Feuchtigkeit und Rost, als ob dieser Weg selten betreten wurde. Ihr bewegt euch vorsichtig und versucht, da schwache Lichter durch einige Risse in den Wänden fällt, für eure Orientierung zu nutzen. Plötzlich bemerkt ihr an den Wänden merkwürdige Symbole und Zeichnungen, die aus kratzigen Linien bestehen. Als hätte jemand sie in einem Anfall von Wahnsinn hinterlassen. Nach einigen Minuten erreicht ihr das Ende des Korridors, wo eine rostige, schwere Stahltür steht. Auf der Tür sind die Worte Station Delta, Zugang nur für autorisiertes Personal, in Verblaster-Schrift zu erkennen. Ihr drückt leicht gegen die Tür und sie öffnet sich mit einem metallischen Knarren. Dahinter wartet euch ein großer Raum, der schwach von einer flackernden roten Notbeleuchtung erhält wird. Im Raum entdeckt ihr eine Reihe von Betten, die an Krankenhausbetten erinnern. Doch die Geräte und Apparaturen, die an ihnen befestigt sind, wirken fremdartig und bedrohlich. Manche Betten sind leer, doch einige sind mit Leichen belegt. Oder besser gesagt, das, was von ihnen übrig ist. Es sieht aus, als wären sie inmitten eines Experiments gestorben und dann einfach hier liegen gelassen worden. Plötzlich hört ihr ein leises Stuhl nach seiner Ecke des Raumes. Eine Person, blass und abgemagert, liegt dort und scheint noch am Leben zu sein. Wenn auch kaum bei Bewusstsein. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Sprecht die Person an und versuch herauszufinden, was hier passiert ist. Vielleicht hat sie wichtige Informationen über das Experiment und wie ihr entkommen könnt. Option 2. Durchsucht den Raum nach Dokumenten oder Hinweisen. Es könnte Aufzeichnungen oder Pläne geben, die mehr über Station Delta und das Experiment enthüllen. Option 3. Ignoriert die Person und sucht nach einem weiteren Ausgang. Jede Sekunde hier ist riskant und es könnte sicherer sein, den Raum sofort zu verlassen. Also, ich bin mir 100% sicher, dass wir jetzt bei Dr. Trager oder Trager, 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 Trager heißt der, bei diesem Doktor Schübelschnappel-Typen sind. Und ja, im Spiel war das ja so, dass wenn du, dass auch so ein Typ rumgemummelt hat und sobald wir zu ihm gegangen sind, er dann angefangen hat zu schreien und diesen Doktor angelockt hat. Was wir beide ja nicht wollen. Also generell, also wer weiß, ob es sich daran orientiert, aber ich würde keinen da ansprechen, was die sind alle scheiße. Sie sind mir doch scheißegal, das fickt euch. Also, ich würde eventuell sogar ein bisschen was umschauen für Informationen, weil unser Ziel ist es ja, was zu finden. Ja, definitiv. Und wir haben bis jetzt nichts in der Hand. Ja, also. Wir haben die eine Art geliehen gelassen. Ja, warum wir die auch immer liegen lassen haben, das habe ich verstanden. Können wir, hätten wir nicht unter den Armen klemmen und egal. Ich würde tatsächlich sagen, durchsucht den Raum nach Dokumenten oder Hinweisen. Option 2. Dass wir einfach mehr vorankommen einfach in unserem Vorhaben. Ihr entscheidet euch, den Raum nach Hinweisen und Dokumenten zu durchsuchen. Die beklemmende Atmosphäre lässt euch zwar frösteln, aber ihr wisst, dass die Informationen in diesem Raum vielleicht der Schlüssel zur Flucht sind. Zwischen den staubigen Apparaturen und den verfallenen Betten entdeckt ihr einen kleinen Metalltisch mit einigen verstreuten Akten und Notizen drauf. Beim Durchblättern der vergilbten Blätterer stoßt sie auf den Namen Projekt Nachtwandler. Phase 4. Die Notizen beschreiben bizarre Experimente, die den Schlafrhythmus und die psychische Stabilität der Patienten manipulieren sollten, um ihre Urinstinkte zu verstärken und sie in einen Zustand der ständigen Wachsamkeit zu versetzen. Ein waches Schlafwandel, wie die Forscher es nannten. Ihr erfahrt außerdem, dass Station Delta einst als Isolationsstation genutzt wurde, um die extrem instabilen Patienten zu kontrollieren, die in Folge des Experiments zu gewalttätigen, unberechenbaren Nachtwandlern wurden. Diese Patienten sind überall in der Anstalt verstreut und es gibt Berichte, dass einige von ihnen über außergewöhnliche Fähigkeiten verfügen, wie zum Beispiel verbesserte Sinne, die auf Bewegungen und Geräusche reagieren. Eine weitere Notiz erwähnt einen Notausgang aus Station Delta. Offenbar gibt es eine unterirdische Fluchtroute, die durch eine Reihe von Lüftungsschächten und Versorgungstunneln führt. Doch die Forscher haben den Zugang versperrt, nachdem einige Patienten versuchten, diesen Weg zu nutzen, um zu entkommen. Plötzlich hört ihr ein leises Kratzen und das Stöhnen der Person in der Ecke wird lauter. Die Gestalt tippt langsam den Kopf und richtet ihren geisterhaften, wachen Blick auf euch. Ihr, ihr müsst aufpassen, flüstert sie mit zittriger Stimme. Sie, sie sind immer wach, sie sehen alles. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Fragt die Person, was sie mit sie sehen alles meint. Vielleicht kann sie euch mehr über die Nachtwandler und ihre Fähigkeiten verraten. Option 2. Folgt den Anweisungen in den Notizen und sucht nach dem Zugang zu den Versorgungstunneln. Wenn ihr schnell handelt, könntet ihr die Fluchtroute finden und die Nachtwand umgehen. Option 3. Verlasst den Raum und versucht durch einen anderen Bereich des Asylums zu entkommen. Die Lüftungsschächte könnten gefährlich sein und vielleicht gibt es noch andere Wege in die Freiheit. Boah. Aber er hat ja nicht gesagt, dass der Weg gerade fucked ist. Der eine Fluchtweg ist fucked, aber es soll ja noch Lüftungsschächte geben, die wir und ja, nehmen können. Ich würde sagen, wir nehmen Nummer 3, dass wir einfach im Raum weiter umsehen, in die Lüftungsschach steigen und von dort uns verpissen. Damit wir eben in einen anderen Bereich gelangen und einfach weiterkommen können, oder? Würde ich am besten machen. Und wenn wir runterfallen, wie gesagt, mache ich den Shane mit dir. Du wirst zurückgelassen. Das kannst du vergessen. Tut mir leid. Okay, wir nehmen Option 3. Verlasst den Raum und versucht durch einen anderen Bereich des Asylums zu entkommen. Ihr entscheidet euch, den Raum zu verlassen und durch einen anderen Bereich des Asylums zu entkommen. Das Risiko, durch die engen Lüftungsschächte zu fliehen und möglicherweise in eine Falle zu geraten, scheint zu groß. Also geht ihr zurück in den Korridor und sucht nach einem alternativen Fluchtweg. Ihr bewegt euch leise, immer darauf bedacht, keine unnötigen Geräusche zu machen. Der Korridor vor euch gabelt sich bald in zwei Richtungen. Links seht ihr einen schmalen Gang, der zu einem Bereich führt, der Isolationszellen genannt wird. Während der rechte Gang weiterhin die medizinische Forschung führt. Beide Optionen wirken bedrückend. Doch ihr wisst, dass irgendwo dort draußen der Schlüssel zu eurer Freiheit liegt. Plötzlich hört ihr ein lautes Scheppern hinter euch. Jemand oder etwas ist auf euch aufmerksam geworden und nährt sich euch schnell. Panisch spiegt ihr euch um und müsst schnell handeln. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Rennt in den Gang zu den Isolationszellen. Vielleicht sind dort weniger Aktivitäten und ihr könnt euch in einer der Zellen verstecken. Option 2. Sprintet in den Bereich der medizinischen Forschung. Wenn hier jemand noch Experimente durchführt, könnten dort Hinweise oder sogar ein Ausgang sein. Option Nummer 3. Bleibt ruhig stehen und versucht euch zu verstecken. Mit etwas Glück geht die Gestalt an euch vorbei und ihr könnt eure Position unentdeckt halten. Ich würde sagen tatsächlich in dieser Situation, weil wir möchten ja auch was erfahren über das Ganze. Ich würde tatsächlich sagen, dass wir in den medizinischen Sektor gehen. Also das würde ich tun. Ich wollte gerade sagen, Isolationszellen hat es uns alldeutsch gesagt, dass dort gefährliche Leute sind. Und wenn es schon so vorshaddelt, dann würde ich sagen, machen wir einfach nicht. Ja, also vor allem, was ich gerade nicht verstehe, das Spiel baust uns ja gerade in Richtung auch Flucht auf. Also im Endeffekt, ich denke, wir kommen nicht mehr raus. Das ist glaube ich schon bestätigt durch die Haupttür. Wir haben es nicht versucht, aber davon gehen wir jetzt mal fest aus. Ja. Und ich glaube, wir haben das Spiel, also er weiß, dass wir eine Kamera dabei haben und so ein bisschen gefilmt haben. Das heißt, unser Hauptziel ist jetzt, uns zu verpissen. Uns zu verpissen? Ja, weil ich denke, wir haben ja Footage. Wir wissen ja, was da abging und wir können ja jetzt ein bisschen... Stimmt, wir sind zwei Journalisten, hieß es doch am Anfang, ne? Wir sind zwei Journalisten. Wir haben die zwei... Wir können jetzt eine Story schreiben, wir haben wahrscheinlich Aufnahmen. Ich meine, wir werden vielleicht was mitgehen lassen. Ich würde direkt ein Live-Feed auf Twitch, ne, Fick-Twitch auf YouTube starten. Ja, ja, genau. Auf Twitch, Alter. Dann macht jemand eine Donation. Dann ist es einfach so ein Postgeräusch. Dann kommt halt ein Walker. Dann ist sogar so ein Text-to-Speech, Alter. Hahaha, ihr Huren sind nicht so... Kennst du dieses Song Goku-Me-Voice, wo der so richtig wütend redet? Ja. Hey, Fettklops, komm her! Möglichkeit war ja, uns zu verstecken, in Isolationsteile zu gehen oder in den Forschungsinstitut, also in die Forschungsabteilung gehen, weil eventuell dort eine andere... Medizin, sorry. Medizinische Abteilung zu gehen, weil dort eine andere Fruchtmöglichkeit sein könnte. Und ganz ehrlich, ich würde tatsächlich das nehmen. Also, mein erster Instinkt wäre das. Ja, gut, dann let's go. Nehmen wir einfach die zwei. Ihr entscheidet euch, in dem Bereich der medizinischen Forschung zu sprinten. Die Schritte hinter euch werden lauter, doch ihr werft keinen Blick zurück. Volle Konzentration auf den Weg vor euch. Der Korridor führt euch in eine große, kachelvergleitete Halle, die einst wohl ein Labor war. Verstaubte, opetische, alte medizinische Geräte und verdächtig fleckige Wände zeugen von unzähligen Experimenten, die hier stattgefunden haben müssen. Ihr schiebt eine schwere Metalltour hinter euch zu und verriegelt sie schnell. Für den Moment scheint ihr in Sicherheit. Der Raum ist düster, doch an einer der Wände seht ihr ein blinkendes Lichtpanel und eine Reihe von Schränken, die möglicherweise nützliche Ausrüstung und Informationen enthalten. Während ihr den Raum durchforstet, stoßt ihr auf eine Reihe von Akten und eine Karte des unteren Laborkomplexes. Die Karte zeigt, dass es einen Notausgang für Personal in einem benachbarten Raum gibt, nur durch eine kleine Tür auf der anderen Seite des Labors zu erreichen. Dieser Ausgang führt in eine alte Belüftungsanlage, die zu einem potenziellen Fluchtweg außerhalb des Asylums werden könnte. Doch als ihr die Akte durchliest, hört ihr ein leises Kratzen und Scharren an der Tür, die ihr gerade verriegelt habt. Es klingt, als würde jemand oder etwas versuchen, sich Zutritt zu verschaffen. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Ihr gebt euch sofort zur kleinen Tür und versucht den Notausgang zu erreichen. Die Flucht könnte euch schnell aus der Gefahrenzone bringen, aber der Weg ist unsicher. Option 2. Durchsucht die Schränke nach nützlicher Ausrüstung oder Waffen. Falls ihr entdeckt werdet, könnte das eure einzige Chance sein, euch zu verteidigen. Option 3. Versteckt euch hinter einem der OP-Zirche und wartet, ob die Gefahr vorüber geht. Vielleicht lässt der Verfolger von der Tür ab, wenn er denkt, dass der Raum leer ist. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Key-Point, wo wir gerade erreicht haben. Und ganz ehrlich, wenn wir schon so weit sind, ich würde die Schränke untersuchen, um nach Waffen zu suchen. Ja, auf jeden Fall, weil das Ding ist halt, wenn ich schon so kratzt daran, so komisch. Das klingt für mich doch etwas, das auch in der Lage ist, zu krabbeln und irgendwie reinzukommen. Der Fetzerk wird dagegen bomben, mit seiner fetten Hand, bis es geht, so geht nicht mehr. Richtig. Wenn es schon was krabbelndes ist, ist es auf jeden Fall, also wenn es kratzt, ist es eher was Klingendes, was es da verfolgen könnte. Es könnte ja sein, dass es der Doktor, der Doktor ist mit seinen Klingenhänden. Stimmt, und wenn wir da eine Glock irgendwie finden. Eine Glock einfach, du passt. Na gut, gut, ich würde sagen, ja. Ja, aber würden wir dann, stell dir vor, wir finden jetzt einfach ein komplettes Arsenal an Waffen, so schrubflinte Maschinengewehr und so ein Scheiß. Und wir ficken die KI komplett, die AI, und sagen, wir machen jetzt Jagd auf den Chris Walker, der irgendwo im Asylum rumläuft. Egal, okay, ich würde sagen, wir machen das, die Schränke nach nützlicher Ausrüstung oder Waffen durchzuchen. Ja? Ja. Wobei, wir haben auch, ne, Notausgang ist direkt dort. Wir könnten auch rein theoretisch den Notausgang. Er sagt, dass er gefährlich ist. Wir haben eine Metalltür hinter uns. Wir wissen nicht, wie stark das Ding ist, ob es einfach mal eine Metalltür öffnen kann. Fuck it, ich nehm, lock ich zwei ein, gehen wir weiter. Boah, das Ding ist, wenn es diese Tür öffnen kann, obwohl sie verschlossen ist, I don't know, was für eine Waffe wir finden wollen. Ja, ich meine, wenn es eine Metalltür gewesen ist, die wir verschlossen haben, ja, wenn es eine Metalltür ist, so. Und vielleicht hat er einen Schlüssel, haben wir schon da ran gemacht? Vielleicht versucht er mit seinen Krüppel-Klingenhänden den Schlüssel da reinzustecken und verkackt er. Er sägt ihn so auf mit seiner komischen Säge, Alter. Oder so. Ja, aber vielleicht verkackt er gerade, den Schlüssel reinzustecken, weil er seine Schnippelhände und was so. Wie geil das wäre. Wir gucken da so durch diesen Fenster so runter und sehen diesen Doktor. Dann ist er so, es ist ja geil. Ich finde so eine Knarre und dann so durch dieses Fenster so, kleiner Hure so. Oh, das wäre toll. Ne, also ich bin für zwei Knarren suchen. Ich mache es interessant. Ich auch. Ihr entscheidet euch, die Schränke zu durchsuchen, in der Hoffnung etwas Nützliches zu finden, um euch im Notfall zu verteidigen. Euer Herz pocht, während ihr die alten Schubladen und Regale öffnet. Der Staub wirbelt auf und die Atmosphäre ist zum Zerreißen gespannt, während das leise Scharren an der Tür immer unhaltvoller klingt. In einem der Schränke findet ihr tatsächlich etwas, das euch helfen könnte. Ein altes Skalpell, ein rostiger Schraubenschlüssel und eine halb gefüllte Spritze mit einer unbekannten Flüssigkeit. Neben der Spritze befindet sich ein Zettel mit einer kurzen Notiz. Beruhigungsmittel für Nachtwandler, nur im Notfall verwenden. Es könnte riskant sein, aber vielleicht ist das Mittel wirksam gegen die Nachtwandler, die im Gebäude rumschleichen. Die Schritte an der Tür werden lauter und plötzlich hört ihr, wie die Tür mit einem gewaltigen Ruck aufgeht. Die monströse Gestalt, die euch verfolgt hat, tritt in den Raum. Ihr habt nur Sekunden, um euch zu entscheiden. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Greift nach dem Skalpell und versteckt euch hinter einem OP-Tisch. Vielleicht könnt ihr die Gestalt überraschen, wenn sie euch nah genug kommt. Option 2. Spritzt die Flüssigkeit aus der Spritze auf den Boden und lockt die Gestalt dorthin. Mit etwas Glück wird sie davon benebelt und geschwächt, sodass ihr fliehen könnt. Option 3. Werft ihr Schraubenschlüssel quer durch den Raum, um ein Ableckungsgeräusch zu erzeugen. Das könnte die Gestalt verwirren und euch Zeit verschaffen, zum Notausgang zu gelangen. Und an dieser Stelle muss ich ganz ehrlich sagen, es war doch wieder Chris Walker, der uns gefolgt ist. Ja gut, wir sind ja, was haben wir denn gemacht? Wir sind, die Tür, die verschlossen war, haben wir offen gelassen. Wir sind einfach durchgegangen und er muss einfach nur straight geradeaus gehen. Wenn er links niemanden gefunden hat, kommt er dann rechts zum medizinischen Sektor, ist ja klar. Gut, Leo, was machst du? Ich meine, es sagt schon so, dass das Nightwalker-Serum ist. Also jetzt das Skalpell nehmen, Alter, und irgendwie denken so, oh, mein 3 cm wahrscheinlich rostiges Kackding wird ihm vielleicht höchstens noch Tetanus geben. So Arschlecken. Dann den Schraubenzieher wieder irgendwo hinwerfen. Ja gut, ablenken kann man den leicht, aber halt aufs Herz, ob er zweimal auf denselben Trick herein kommt. Und das ist auch der Punkt, warum ich gerade ein bisschen gestoppt habe. Also ich würde, weil mein Safe-Shot war, wieder die Schraubenschlüssel nehmen und werfen, mit der Hoffnung, dass er sich abgelenkt ist und dahin kommt. Aber was ich halt nicht verstehe mit diesem Serum, es ist doch eine Spritze. Ich mach dir auf den Boden, der kommt hin, schnüffelt den Scheiß, oder was? What the fuck? Moment, Moment, er schnüffelt doch, er hat doch bestimmt so ein, es hieß doch in den Akten, die wir gefunden haben. Das stimmt, gleich ist ja blind, ah? In den Akten, die wir gefunden haben, hieß es ja, dass die so verbesserte Fähigkeiten haben, wie riechen, sehen, hören, etc. Und guck mal, diese Akten, die wir nicht mehr gefunden haben, aber unser Mastermind aufgenommen hat, könnte das tatsächlich möglich sein? Dass wenn er dann wirklich dran schnüffelt, weil er denkt, keine Ahnung, wir haben da hingeschissen. Und, äh, oder Pisse. Und er riecht es und dann ist es eigentlich dieses, ne? Ja, vielleicht benebelt ihn das einfach so. Aber auch, auch wenn es nur kurz... Vielleicht weckt ihn das auf oder so. Auch wenn es nur kurzweilig ihn auslockt, könnten wir doch auch rennen. Keine Ahnung, Leo, ich bin, ich bin grad unsicher. Wirklich, ich bin... Spritze, Spritze. Also er steht... Frankfurter Hauptbahnhof. Ja, aber vielleicht kommt er aus Frankfurt, ist es gewohnt. Er hängt da oft in der Nähe, lebt da. Also ich hab Gestalten in Frankfurt gesehen, die dem ähneln, das ist jetzt nicht so... Ja, aber irgendwie gibt es die inzwischen überall, muss ich ganz ehrlich sagen, so, ne? Ich hab's eigentlich in meiner Facecam gesehen, aber es ist halt so... Okay. Okay, äh, gut. Wir nehmen, ich würde sagen, also ich bin wirklich, ich schwanke gerade stark mit dem Schraubenschlüssel. Ob ich doch nicht lieber versuche zu werfen, so, dass er dann sagt, okay. Ich mein, die, man gibt uns schon so... Pins. Das ist das Mittel. Ja. Gegen Nightwalker. Oder ist es einfach nur ein Dude, der uns rausspeißen möchte? Das ist der Hausmeister, der sieht, denkt so, was macht ihr Bastarde hier? Ich stehe. Okay, wir nehmen Option, wir nehmen jetzt Option, äh, hier zwei. Wir spritzen die Flüssigkeit auf der Spritze auf den Boden und locken die Gestalt dorthin, dass er dran schnüffelt. So, let's go. Mal gucken. Ja, dann kann ich entscheiden, wer das macht. Ich wäre für Leo. Nein. Okay, okay, okay. Nummer zwei, let's go. Ihr greift nach der Spritze mit dem Beruhigungsmittel und spritzt die Flüssigkeit vorsichtig auf dem Boden in der Nähe des Eingangs. Ihr hofft, dass das Mittel, das für den Nachtwandler gedacht ist, seine Wirkung entfaltet und die monströse Gestalt irgendwie schwächt. Versteckt hinter einem OP-Tisch, beobachtet ihr mit angehaltenem Atem, wie die Gestalt langsam in den Raum tritt. Der schwere, unregelmäßige Atem des Monsters halt durch das Labor, während es vorsichtig den Kopf hebt und sich umblickt. Langsam nähert es sich der Stelle, wo das Beruhigungsmittel auf dem Boden getropft ist. Das Monster bleibt stehen und es scheint, als würde es den Geruch der Flüssigkeit aufnehmen. Einen Moment lang geschieht nichts. Dann beginnt es plötzlich zu schwanken, als hätte es die Kontrolle über seinen massigen Körper verloren. Die Augen der Kreatur werden klassisch und ihr merkt, dass das Beruhigungsmittel wirkt. Jetzt ist eure Chance. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Schleicht euch schnell zum Notausgang und verlasst den Raum. Die Wirkung des Beruhigungsmittels könnt ihr nur kurz anhalten, also nutzt den Moment zur Flucht. Option 2. Greift zum Skalpell und nähert euch dem Monster, um sicherzustellen, dass es endgültig außer Gefecht gesetzt ist. Es ist riskant, aber ihr könntet damit verhindern, dass es euch später weiterverfolgt. Option 3. Wartet einen Moment ab, um sicherzustellen, dass das Beruhigungsmittel vollständig wirkt. So könnt ihr herausfinden, ob das Monster wirklich ruhig gestellt ist, bevor ihr einen weiteren Schritt wagt. Der Weg könnte nun frei sein, doch jede Entscheidung birgt ihre eigene Gefahr. Bild klug. Boah, ungeil. Also, ungeil, ungeil. Also, ich meine, wenn wir jetzt warten und das aufhört zu wirken. Was hätten wir verfolgen, wenn wir warten? Also, wir warten, ob es jetzt komplett wirkt und gucken so, okay. Stell dir vor, das war nur so ein kurzer Moment, wo er kurz benebelt war. Ne, okay, warten, gucken, gucken, ob er... Aber du weißt ja, wie so ein OP-Tisch. Es ist ungefähr so hoch und in zwei Kämpfe so unten guckt man raus. Wie dumm. Oder ne, also... Wie zu zersprechend. Also, mit dem Sky-Pay würde ich das Ding nicht angreifen. Macht für mich in meinen Augen absolut keinen Sinn. In welcher Weg geht das? Kannst du mehr versuchen irgendwas. Man müsste höchstens so ein Attack-on-Titan-Shirt ballern, die da wirklich den Nacken wegspicken, Alter. Also, so den Nacken reinpupsen. Ja, so den aber auch nicht... Also, du musst schon krass tief kommen, dass du da seinen scheiß Nacken wegschnepperst, Alter. Ja, ja. Also, ich weiß nicht. Ne, ich würde an dieser Stelle einfach den Fuchter greifen und gucken, wo wir rauskommen. Okay, let's go. Ja. Ohne zu zögern, schleicht ihr euch in Richtung des Notausgangs. Ihr nutzt den Moment, in dem das Monsterbenommen schwankt und offenbar die Kontrolle über seinen Körper verliert. Das Beruhigungsmittel scheint tatsächlich zu wirken. Aber ihr wisst, dass dieser Zustand vermutlich nicht lange anhalten wird. Ihr erreicht die kleine Tür am anderen Ende des Labors und öffnet sie so leise wie möglich. Dahinter führt ein enger Korridor zu einer Treppe hinunter, die in die tiefen Ebenen des Asylums führt. Vermutlich zu den Versorgungstunneln, die in der Karte des Laborkomplexes als Fluchtweg markiert waren. Die Luft ist dickig und schwer und das einzige Licht ist das schwache, rote Leuchten der Notfalllappen an den Wänden. Kaum habt ihr die Treppe betreten, als ihr ein dumpfes Poltern hinter euch hört. Das Monster scheint sich zu erholen. Das Rumpeln wird lauter und ihr hört, wie die schwere Tür des Labors erneut geöffnet wird. Es hat eure Spur wieder aufgenommen. Hier kommen eure Optionen. Option 1 Sprintet die Treppe hinunter, ohne euch umzusehen. Die Flucht ist eure einzige Hoffnung und je schneller ihr euch von dem Monster entfernt, desto besser. Option Nummer 2 Verlangsamt euer Tempo und bewegt euch vorsichtig, um keine Geräusche zu machen. Vielleicht könnt ihr das Monster austricksen, indem ihr leise bleibt und seine Aufmerksamkeit verliert. Option Nummer 3 Versucht die Tür hinter euch zu blockieren, um das Monster zu verlangsamen. Es könnte euch wertvolle Sekunden verschaffen, aber das Blockieren der Tür ist riskant und kostet Zeit. Ich würde sagen, wir sprinten einfach weiter, Leo. Weil wenn ich jetzt da rumstehe, ich meine, außer du hast eine andere Idee. Also verstecken, wo willst du dich verstecken? Wozu noch leise laufen? Der Typ weiß doch, dass wir da unten sind. Eben. Ach, vielleicht hätten wir ein Fertig machen sollen. Egal, hätte er eine Fahrradkette. Komm, lass uns rennen. Rennen wir? Let's go. Rennen wir. Ohne einen weiteren Gedanken zu verschwenden, sprintet ihr die Treppe hinunter. Das Adrenalin pumpt euch eure Adern. Ihr wisst, dass jede Sekunde zählt und dass ihr so viel Abstand wie möglich zwischen euch und das Monster bringen müsst. Das dumpfe Poltern seiner Schritte dröhnt immer noch hinter euch. Doch die Treppe wird länger und führt euch immer tiefer in die verwinkelten Ebenen des Asylums. Unten angekommen, öffnet sich der schmale Gang zu einem alten Versorgungstunnel, der schwach vom flackernden Notlicht anhält wird. Der Tunnel riecht nach feuchtem Beton und Rost. Und das Echo eurer Schritte halten der bedrückenden Stille wieder. Vor euch seht ihr mehrere Gabelungen, die wie ein Labyrinth wirken. Jede Richtung sieht gleich bedrohlich und dunkel aus. Plötzlich hört ihr das Poltern der Schritte des Monsters näher kommen. Es hat euch in dem Versorgungstunnel verfolgt und scheint entschlossener denn je, euch zu erwischen. Die Geräusche kommen schnell leer. Es ist jetzt oder nie. Hier kommen eure Optionen. Option 1. Wählt den linken Tunnel und hofft, dass er euch näher an einen Ausgang bringt. Ihr wisst nicht genau, wohin er führt, aber jede Richtung könnte ein potenzieller Fluchtweg sein. Option 2. Nehmt den mittleren Tunnel und geht so leise wie möglich voran. Wenn ihr Glück habt, könnt ihr das Monster euch in anderen Tunneln suchen und an euch vorbeilaufen. Option 3. Lauft in den rechten Tunnel und sucht nach einem Versteck. Vielleicht könnt ihr das Monster austricksen und es in die Irre führen, indem ihr euch versteckt. Dies ist ein entscheidender Moment. Wählt mit Bedacht. Eure Flucht hängt davon ab. Die Tunnelsituation gefällt mir nicht, Leo. Weg, einfach weiter weg, links. Links? Gucken, dass man irgendwo hingeht. Er hat zwar schon mal gespoilert, so von wegen, da unten ist ein Dead End. So. Deswegen wäre ein bisschen... Aber es sind ja mehrere Versorgungstunnel. Also wir wissen ja nicht, welcher von denen. Vielleicht gehen wir in einen anderen Versorgungstunnel. Ja, ich würde sagen, einfach weiter. Einfach weiter? Also nehmen wir den linken Tunnel und hoffen, dass er euch näher an den Ausgang bringt? Ja. Okay, dann let's go. Nehmen wir eins. Ihr entscheidet euch für den linken Tunnel und rennt los, ohne zurückzublicken. Der enge Versorgungstunnel erstreckt sich vor euch. Und das dumme Echo eurer Schritte vermischt sich mit den lauter werdenden schweren Schritten des Monsters, das euch dicht auf den Fersen ist. Der Tunnel scheint endlos zu sein, aber schließlich bemerkt ihr eine kleine Metalltür auf der linken Seite. Ein verwittertes Schild darauf besagt Notausgang, Zugang zum Wartungsschacht. Eure Herzen rasen, doch die Aussicht auf einen Ausweg gibt euch einen Schub neuer Energie. Ohne zu zögern, reist ihr die Tür auf und klettert in den Schacht dahinter. Ihr zwängt euch in den schmalen, dunklen Wartungsschacht. Ihr könnt das wütende Brüllen des Monsters hören, das die Tür erreicht und heftig dagegen hämmert. Doch die massive Tür hält für den Moment stand. Der Schacht ist eng und führt schräg nach oben, aber am Ende seht ihr ein kleines Licht. Ihr bewegt euch so schnell ihr könnt durch den Schacht und spürt, wie die Luft allmählich frischer wird. Kurz bevor ihr das Ende des Schachts erreicht, hört ihr ein lautes Knirschen und Splittert. Das Monster hat die Tür durchbrochen und ist im Schacht hinter euch. Doch das Licht am Ende wird größer und mit einem letzten Kraftakt zieht ihr euch hinaus ins Freie. Ihr stolpert nach draußen und findet euch in einem dunklen Wald wieder. Der kühle Nachtwind weht euch ins Gesicht und die Stille der Natur umgibt euch. Ihr seid entkommen, zumindestens vorerst. Easy. Easy. Also wir haben es easy gedribbelt. Wir haben mehrere Sachen gesammelt. Also wir haben mehrere Informationen bekommen. Wir sind Journalisten, wir haben die Sachen bestimmt aufgenommen. Ja, und ich gehe mal davon aus, dass ich ja renommierte Reporter sind. Auf jeden Fall. Ja, also ich meine, es ist G. Also Hilo bitte und Leo. Wir sind jetzt im Wald angekommen. Also draußen. Das bewegt das Abenteuer nochmal in eine komplett andere Richtung. Das gab es im Spiel nicht. In keines der Wald. Doch, in Teil 2 sind wir ja im Wald unterwegs. Aber im Messe-Verseilung, dass wir in Teil 1 wirklich noch weiterhin in diesen Wäldern und so scheiße waren oder in der Umgebung waren, das gab es so nicht. Ich finde es wirklich interessant. Also wirklich, ihr müsst, für die Zuschauer hier an dieser Stelle, ihr müsst auch wissen, dass es, wie gesagt, jetzt 1 Uhr nachts schon ist bei uns. Wir sind relativ abgefuckt, am Arsch, müde. Und müsst auch relativ, ich denke, da auch relativ früh raus. Dementsprechend ist unsere Begeisterung gerade etwas niedrig gehalten. Aber ich finde es bisher absolut geil. Ganz ehrlich. Auf jeden Fall. Von Anfang bis Ende. Es hat uns gut durchgebracht. Ich kann daran nicht meckern. Also wirklich nicht. Wir sind nicht verreckt. Wir sind nicht verreckt. Aber man muss schon denken, wir haben auch nicht irgendwie gecheatet von wegen, wir schneiden Schnittmagie. Aber ich glaube wirklich, wir haben ein paar Situationen, hätten wir da irgendwie doof was gemacht, dann wären wir. Ich glaube, wenn wir runtergegangen und hätten die Tür versucht einzutreten, wäre es feinlich gewesen. Wir haben ja der KI gesagt, dass er uns auch nicht schonen soll. Das war, wie gesagt, erstmal so eine Pilotfolge, um zu gucken, wie gesagt, wir können dieses Abenteuer je nachdem, wie wir wollen, gestalten. Wir können es noch brutaler, noch gruseliger, noch heftiger oder andere Twists einbauen, eine Ausrüstung uns geben, was wir benutzen können. All das geht. Und das war, wie gesagt, erstmal eine Pilotfolge, die uns in das Universum von Outlast entführt hat und uns ein bisschen so einen anderen Einblick in das Universum gegeben hat. Es war jetzt nicht sehr detailreich. Das ist Worldbuilding. Das hätten wir ausdrücklich sagen können. Für das, was es ist, war es super. Ja, und beim nächsten Mal, also falls irgendeinem von Leuten draußen die Idee kommt, wie wir Sachen auch verschärfen können, was wir der, wie gesagt, wir haben das alles mit der KI gemacht, was wir der KI beim nächsten Mal sagen können für das nächste Abenteuer. Falls ihr natürlich wollt, dass wir hier nach diesem Cliffhanger noch weiter im Outlast-Universum bleiben oder weiter voranschreiten in eben die nächsten Abenteuer, lasst es uns auf jeden Fall in den Kommentaren wissen. Im Wald könnt ihr entfernt das Echo des wütenden Brüllens hören. Ihr wisst, dass das Asylum und seine Schrecken noch nicht hinter euch liegen. Der erste Abschnitt eurer Flucht ist geschafft, aber das Abenteuer ist noch lange nicht vorbei.